Musik Für den heutigen Zaubertrick brauche ich hier einmal einen Geldschein und dann noch einen Briefumschlag. So, der Briefumschlag hat auch ein Fenster, das heißt, wenn ich den Schein mal hier reinstecke, dann kannst du den Geldschein noch durch das Fenster hier problemlos sehen. So, und jetzt brauche ich noch zusätzlich zu dem Schein und dem Umschlag hier einmal eine Schere, die setze ich einmal so hier an und schneide damit den Briefumschlag durch. So. Dass du sehen kannst, dass der Briefumschlag richtig schön kaputt ist. So, und wenn wir einmal gucken und den Geldschein wieder rausholen, dann seht ihr, ist er immer noch komplett ganz und der Briefumschlag ist natürlich kaputt. Das war der Zaubertrick. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Das war der Zaubertrick. Das war der Zaubertrkant. Ich hoffe, es war der Zaubertrkant. Dann bin ich eigentlich fast. So. Und das war der Zaubertrkant. Untertitelung des ZDF, 2020